Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Kommen wir jetzt zur allerletzten Ausgabe Desktop-Wichteln. Vier Wochen, vier ungewöhnliche Desktops, wobei es ja, wie ihr wisst, eigentlich eher sechs ungewöhnliche Desktops sind. Ja, und heute gibt es wirklich den allerletzten in diesem Jahr beim Desktop-Wichteln und das ist auch die letzte Aufnahme in diesem Jahr. Also was jetzt dieses Jahr wahrscheinlich noch kommt, das sind Dinge, die ich schon vorher produziert habe. So, so viel dazu. Heute geht es um Sugar, ein sehr spezieller Desktop, der eigentlich ursprünglich für das One Laptop per Child, also OLPC-Projekt, entwickelt wurde. Und das soll besonders einfach sein in der Bedienung, es soll selbsterklärend sein und es wurde entwickelt für Schüler, die weder lesen noch schreiben können. Also das hat einen komplett anderen Fokus als alles andere, was wir vorher gesehen haben. Und es soll auch die Gruppenarbeit fördern, behauptet jedenfalls Wikipedia. Anders als bei den anderen Desktops habe ich dieses Mal schon mal reingeguckt. Eigentlich würde ich bloß wissen, ob sich das überhaupt irgendwie lohnt, denn ja, also so toll hat euch das jetzt nicht interessiert mit dem Desktop-Wichteln. Und bei mir war jetzt zum Ende des Jahres auch so ein bisschen Luft raus. Aber dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, das ist jetzt sowas anderes, dann machst das trotzdem nochmal. Ja, ansonsten, wir haben jetzt ja schon nach Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit gehabt. Nachträglich also nochmal frohe Weihnachten. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt oder ansonsten seid ihr damit jetzt auch durch, wenn es nicht ganz so toll war. Gut, gucken wir uns mal an, was jetzt unsere Süßigkeit uns so bringt. Ja, wie die Male davor fangen wir wieder an mit so einem Sparky Linux 8 mit dem XFCE Desktop, wo ich eigentlich bloß diese tolle Anwendung starte. Die heißt Aptus App Center, darüber kann man, ja, also Software installieren. Aber man kann mit einem Klick auch zusätzliche Desktops installieren, wie ich das in den anderen fünf Folgen Desktop-Wichteln davor auch gemacht habe. Und ja, bis auf einmal hat es auch funktioniert. Mal gucken, ob es diesmal auch funktioniert. Müsst ihr eigentlich denn in meinem Testlauf, den ihr nicht gesehen habt, hat es funktioniert. Aber ja, es ist ja immer anders, als man denkt. So, dann nehmen wir jetzt den Sugar Desktop. Geht das Fenster wieder zu. Davon nicht, ja, verunsichern lassen. Das soll so. Danach geht es dann auch los mit dem Paket. Was heißt Sparky Desktop Sugar und das ist ein Meta-Paket, wo verschiedene weitere Pakete mit installiert werden. Das Meta-Paket ist sehr klein, aber wenn wir es jetzt installieren, dann wird es ja natürlich noch größer. Ja, die eigentliche Installation, die braucht jetzt hier zusätzlich 689 MB Platz noch und 121 müssen noch runtergeladen werden. Das machen wir mal. Ja, also J, Enter und warten. In der Zwischenzeit könnt ihr Weihnachtslied singen, aber ihr seht es ja eh nicht, weil ich es ja rausschneide. Das war dann jetzt auch die Installation. Ging wieder relativ zügig. Ich habe jetzt nebenbei schon mal angefangen zu schneiden und ich habe jetzt ungefähr 2 Minuten da schneiden können innerhalb der Zeit. Also es ging wirklich ziemlich zügig. So, wir gehen wieder auf Beenden und hier oben auf Exit und dann hier drauf auf dieses Funkenwerk oder was auch immer es sein mag. Dann einmal hier drauf und dann machen wir hier abmelden. So, da drauf. Sugar und Benutzername, mein Passwort. Und dann sind wir auch schon da. Also, was schon mal auffällt, es ist was komplett anderes. Also, nicht so ein Desktop, wie ihr den kennt, wie wir den vorher x-mal gesehen haben in verschiedenen historischen Zuständen. Früher, heute, was weiß ich alles. Also, es ist was komplett anderes, eine komplett andere Welt. Also, erstmal klicken wir hier, um eine Farbe zu wählen. Immer wenn ich draufklicke, hat dieses Männchen hier eine andere Farbe. Ja. Also, die sind sehr schön kontrastreich und gucken, ob da was bei ist, was vielleicht nicht ganz so weh tut in den Augen. Gehe ich schon einmal rum. Ach ja, das ist doch schon mal ganz gut. Blau in Blau. Das nehme ich mal vor. Dann kann ich jetzt angeben, ja, welche Altersstufe ich bin. Also, ich habe jetzt ja wenig Lust, von Vorschule bis Erwachsene alles durchzuprobieren. Es richtet sich ja eigentlich eher an Schüler. Von daher würde ich mal das hier nehmen. Weiter für eine Schule. Mal gucken, was uns da erwartet, dass es vielleicht auch nicht zu einfach ist. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass bei Vorschule oder Kindergarten vielleicht gar nichts drin ist. Oder denn sowas ist wie Kartoffelknülch oder so irgendwas, wo man, ja, also was Altersentsprechendes bloß machen kann. Das könnte relativ langweilig werden für euch. Also, von daher würde ich jetzt mal weiter für eine Schule nehmen. Fertig. Das ist es auch. Also, damit sind wir jetzt durch. Das hier sind jetzt, wenn man drüber geht, Aktionen. Also, das hier ist die Aktion Schreiben. Dann haben wir hier Browser, Neu beginnen und da haben wir Chat und Pipi und Rechnen. So. Dann haben wir oben noch so ein... Ah, Maus drüber halten. Da haben wir hier... Okay. Da haben wir andere Ansichten von diesen Symbolen. Aber es sind immer dieselbe Symbole, bloß dass sie an einer anderen Position sind und in einer anderen Größe. Ja, also ich lasse das jetzt mal so. Dann haben wir hier noch Listenansicht. Ach so, dann haben wir hier nochmal Mehranwendung, also Bildbetrachter. Den haben wir nicht gesehen. So, wenn ich jetzt da ein Sternchen hinmache, habe ich den dann hier... Aha. Okay, gut. Also, dann habe ich noch den Bildbetrachter dazu gekriegt. Und hier sind alle Anwendungen, die es wohl so gibt, da drüber. Ich packe jetzt mal alle mit dazu, damit wir wirklich alles sehen. Was ich jetzt so sehe, was es da drin gibt. Das mag sein, dass ich Dinge übersehe, weil ich es eben auch nicht kenne. So, jetzt ist der Kreis so ein bisschen weiter gefüllt mit verschiedenen Anwendungen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach oben mal an. Also, Bildbetrachter. Da kann ich... Ach so, okay. Das ist beenden, also kein X, sondern vielleicht so eine Schraube von oben. Da kann ich jetzt... No Image. Bildbetrachter-Aktivität. So, was haben wir hier? Beschreibung. Hm. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ist schon zu hoch für mich. Also, ich habe jetzt kein Bild gewählt, aber ich sehe auch keine Möglichkeit, wie ich ein Bild wählen kann. Das hier sind ja bloß Optionen für, mache es kleiner, mache es größer, passe die Größe an, vielleicht irgendwie eins zu eins. Vollbild, rate ich jetzt einfach mal so von den Icons her. Links rumdrehen, rechts rumdrehen und wieder zumachen. Und hier, Aktivität, äh, kann ich da... Ach so, das steht da jetzt so. Beschreibung. Kann ich das eingeben. Und dann hier... Hm. Also, rechtsklick, linksklick. Da kann ich so nichts machen. Okay, gut. Also, ich, ähm, habe mir das jetzt auch nicht vorher so angeguckt, dass ich jetzt alles durchprobiert habe, dass ich Handbücher geguckt habe. Also, ich mache das mehr oder weniger blind. Ich habe bloß einmal kurz reingeguckt, um zu sehen, ob das überhaupt irgendwie interessant aussieht. Aber ich habe das jetzt nicht getestet. Also, ich mache das so, wie ihr das vielleicht auch machen würdet. Ihr probiert das aus Interesse mal aus, installiert das mal und guckt da mal rein. Also, mehr ist es nicht. Also, es ist jetzt kein Test oder sonst irgendwas. Also, von daher, wenn ihr euch besser damit auskennt, werdet ihr euch besser damit auskennen als ich. Dann gehe ich mal so rum. Dann haben wir hier ein Terminal. Terminal kenne ich. Ja, das ist Terminal, ne? Kennt man. Also, das Eingeben hat man den Körner rausgekriegt. Und dann kann man hier kopieren, einfügen. Okay. So, wenn ich das jetzt nehme, kopieren und dann einfügen. Genau. Also, das geht. Dann kann ich hier auch noch auf das Plus gehen. Dann habe ich einen weiteren Reiter. Also, das finde ich ist durchaus schon ein bisschen komplexer. Also, das Konzept, dass man mehrere Unterfenster aufmachen kann. Okay, gut. Hätte ich jetzt so nicht unbedingt erwartet. Dann kann ich hier... Achso. Ja, also in diesem Fall finde ich es sogar ein bisschen besser. Also, strahlt jetzt nicht so. Also, es ist schon richtig hell hier. Darum kneife ich manchmal auch die Augen zusammen, weil das schon ein bisschen hell ist. Dann kann ich hier das Ganze auch größer machen. Finde ich mal gut. Und das da Vollbild. Dann Fragezeichen. Nützliche Befehle. CD. Verzeichnis wechseln. LS. Verzeichnisinhalt auflisten. CP. Datei an einen bestimmten Ort kopieren. RM. Ja. Löschen. SU. Super-User-Root-Rechte bekommen. Oh. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt die sinnvollste Auswahl an verschiedenen Befehlen ist. Ob das... Also... Ja. 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 Gut. Also, da habe ich ein Terminal, was, denke ich mal, den ganz normalen Funktionsumfang hat. Was jetzt irgendwie nicht beschränkt ist. Wenn ich jetzt mit SUM ja Gutrechte besorge, dann kann ich Dinge nachinstallieren und so weiter. Ja. Also, Terminal. Dann als nächstes haben wir hier Schreiben. Da haben wir einen sehr... Also, ablenkungsarmen Editor. Kann man Dinge schreiben. Ja, stimmt. Umlaute gehen auch. Und ja, genau. Das geht. Dann kann ich das Ganze... Privat oder... Das da... Meine Nachbarn. Das hier ist vielleicht dafür da, für diese Gruppenaktivitäten, was es ja fördern soll, laut Wikipedia, ob das jetzt für mich eine Datei ist, oder ob die vielleicht auch übers Netzwerk mit anderen geteilt wird. Wobei das ja wahrscheinlich eher was ist, was für dieses One Laptop per Child-Projekt gedacht ist. Also, darum ging es wirklich am Anfang. Also, für Länder, in denen Technik nicht so verbreitet ist, also ich meine vorrangig Afrika, wobei Afrika natürlich kein Land ist, sondern Kontinent. Aber für die Länder für die Länder in Afrika gedacht ist. Aber für die Länder in Afrika gedacht ist, um dort Digitalisierung hinzubringen. Also Digitalisierung und Bildung hinzubringen. Und dafür gab es diesen OLPC-XC Laptop. Das war eigentlich ein ziemlich cleveres Gerät. Der funktioniert auch nämlich in praller Sonne. Also, diesen Bildschirm konnte man auch in praller Sonne ablesen. Der hatte so eine Art Spiegelfolie dahinter, also so ein LCD-Dings. Dann hat er sich umgestellt zu so einem Schwarz-Weiß-Modus. Und dann ist das so ähnlich wie so ein Taschenrechner. Der hat ja auch keine Beleuchtung, sondern durch Sonnenlicht. Und das konnte man direkt dann ablesen in praller Sonne. Und ich meine, es gab auch so eine Kurbel dafür, dass man sich Strom kurbeln konnte, wenn die Sonne weg ist und so ein Solar-Panel irgendwie. Also war eigentlich eine sehr gute Idee. Also es war ja eigentlich erst mal ein Bildungsprojekt, als Bildungsprojekt gedacht. Und das war das erste so von dieser Kategorie, was Dachia Netbook hieß. Und als kommerzielle Anbieter gesehen haben, aha, sowas verkauft sich gut. Also vielleicht nicht unbedingt in der Art und Weise. Sondern wir machen die Geräte jetzt kleiner und günstiger. Nennen die Netbooks und verkaufen das. Das hat diesem Projekt so ein bisschen das Wasser abgegraben. Denn auf einmal gab es sehr viele andere Projekte oder andere Produkte, die was ähnliches konnten, die was besseres konnten, zu besseren Preisen. Von daher ist das glaube ich auch so ein bisschen im Sande verlaufen. So, das ist das, was ich noch so davon erinnere. Aber das ist jetzt ja auch schon, gefühlt würde ich sagen, 15 Jahre her. Aber lest euch gerne mal diesen Artikel durch in Wikipedia, was da drüber über das Projekt steht, wenn euch das weiter interessiert. Ja, man kann das Ganze auch noch als RTF speichern. Okay. Und da kann man es exportieren als HTML401. Aha, mit PHP-Instruktion. Okay. Dann haben wir wieder hier, das muss ich wahrscheinlich was markieren. Dann haben wir hier wieder kopieren und einfügen und rückgängig. Und wieder zurück. Und man kann da drin suchen. A, H, F. Ne, A, H, F. Ja, das findet auch Dinge. Dann, was haben wir hier? Achso, Größe. Okay, dann passt das nicht mehr auf den Bildschirm drauf. Macht aber auch nichts. Können wir wieder... So, so passt es jedenfalls von der Breite. Genau, dass es nur Breite anpasst. Hier kann ich dasselbe noch in Prozentzahlen angeben. So. Und wenn ich mehrere Seiten habe, kann ich da noch hin und her blättern. Dann der Mund hier, der kann... Play. Hm. Boah. Gut, erschließt sich mir jetzt nicht, was sich da jetzt abspielen könnte. Oder kann ich da vielleicht Filme einbetten? Mal gucken. Ich habe jetzt noch Schriften, die ich da auswählen kann. Genau, da kann ich auch hoch und tief gestellt machen. Und das hier, Farbe. Okay. Ja, genau. Also kann ich auch noch einfärben. Fettdruck, Kursiv, unterstrichen. Und... Achso, linksbündig, zentriert. Ja, okay. Dann hier haben wir noch Überschriften verschiedener Ordnung. Einrückung. Aha. Also... Sowas wie Absatzvorlagen in relativ einfach. Und im Atem von Texten. Also normaler Text, Aufzählungsliste mit Punkten, mit Strichen. Nummeriert. Mal so, mal so, mal so. So. Dann haben wir hier Tabelle machen. Okay. Also so ein bisschen erinnert das an LibreOffice in... Einfach. Also... Ja. Split Sales. Achso, sogar das geht. Ähm, jetzt könnte ich das nochmal aufteilen. Okay. Also finde ich jetzt gar nicht so übel. Also für diese wirklich grundlegenden Sachen. Also von der Optik her ist Gewöhnungssache ist jetzt natürlich nicht so meins. Aber von dem Funktionsumfang, das deckt wirklich das Allernötigste ab, ohne dass es großartig verwirrt. Und theoretisch könnte man damit jetzt auch, ohne dass man sich großartig einliest, damit relativ schnell was anfangen. So, Tagebuch. Hm. Suche ich denn da mal. Kann ich was suchen? Taster. Favoriteneinträge. Keine. Projects. Nö. Heute. Auch nicht. Sortieren. Hm. Ja, das ist wahrscheinlich eine Mechanik, die ich noch überhaupt nicht verstehe. Denn es kommt ja irgendwie ohne Dateinamen aus. Also auf der Platte wird es ja irgendwie als Datei abgelegt, denke ich jedenfalls mal. Und da muss man es ja auch wieder öffnen können. Sonst ist es ja ziemlich sinnlos. Wenn ich das wieder öffne, habe ich es wieder da. Und wenn ich jetzt hier drauf gebe, schreiben Aktivität. So, jetzt habe ich das in verschiedenen Formaten. Und das da. Also das sind die verschiedenen Formate. Aber wenn ich jetzt nochmal zurück zu meiner. Äh, 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 äh. Schreiben Aktiv. Also wahrscheinlich habe ich jetzt den letzten Stand überhaupt nicht gespeichert. Also da, wo ich die Tabelle gemacht habe. Oder? Da vielleicht. Ach, das hier. Das ist es. Das heißt denn einfach bloß schreiben Aktivität. Aha, okay. So, wenn ich das jetzt so mache. Dann habe ich hier. Also, ne gut. Das wäre jetzt zwar einfach. Nochmal drüber mit der Maus. Tabelle habe ich das. Schreiben Aktivität. Okay. So. Und Tabelle. Okay. Dann als nächstes haben wir einen Taschenrechner. Das ist wahrscheinlich selbsterklärend. Oh ja. Ja, erstmal so ist er relativ groß. 7, 8. Äh, mal. 1, 2, zupf. Achso. Ah, okay. Und das gibt gleich auch noch. Ähm. Ich mache hier. So. Nummernblock. Achso. Der Nummernblock geht gar nicht. So. Wenn ich jetzt plus 45 mal mache. Dann. Äh, hm. Achso. Nee. Okay. Gut. Also, jedes ist bloß einfach. Also, nicht so wie ich jetzt einfach dachte. Das ist wie so ein, ähm, 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 wie so ein Kassen-Einticker-Dings. Wo immer was oben drauf kommt und wo man dann sagt, ja, nochmal plus 5, nochmal plus 5 und dann kommt da hinten was raus. So ist es nicht gedacht. Genau. Das wäre denn Rechenaktivität. Ähm. Ne? Achso. Ach. Okay, gut. Bezeichnung. Ähm. Ja. So. Und wiederum nur für mich. Ja, dann haben wir wieder hier kopieren und, ähm, einfügen. Und hier haben wir komplexere Dinge. Also, wie Quadrat und Wurzelziehen und, ähm, Kehrwert und, äh, e hoch x und x hoch y und, äh, Logarithmus natürlicher, äh, Art und, äh, Fakultät. Achso. Äh, okay. Sinus, Cosinus und so weiter. Dann haben wir hier Bool-Show-Operation, End, Or, Gleich, Ungleich. Ja, da haben wir den Pi und, ähm, weitere, ähm, Zahlen, äh, Konstanten. Ja. Hier haben wir einen Plotten. Achso. Okay. Ähm, äh, da gibt es auch Hilfe. Die gibt es bei, da nicht. Also, Plotten scheint, kommt, aha. So, wenn ich jetzt sowas mache wie x, äh, ist gleich 2y. Sowas? Hm. Äh, äh, ne, ähm, x ist gleich 2y. So, um, so, um, so. Ha. Oder f von x ist gleich, äh, 2y, sowas? Oh. Oh. So, das schreibt da heyplot rein. Aber das ist ja so. Hm. 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 Das ist sowas, wo man vielleicht doch mal irgendwie Doku reingucken müsste. Dann haben wir hier noch, äh, Grad und Radiant, also Grad wie Gradzahlen mit 360, denke ich mal. Dann haben wir hier noch, ähm, Exponent wissenschaftliche Notation. Ähm, ähm, ja, gute Frage. Dann haben wir hier Anzahl der gezeigten Stellen. Drei, sechs, zwölf, 15. Das ist wahrscheinlich die Nachkommazahlen. Und das hier, ganzzahlige Basis. Ach so, wahrscheinlich welches Zahlensystem wir haben. Also das Zehnersystem, Binärsystem, Okt, äh, also Hex- und, äh, Oktalsystem. Jo. Braucht man ja auch manchmal für einige Dinge. Hm. Jo, also Taschenrechner, doch, ähm, ne Menge drin, was man so brauchen kann. Pipi. Das sagt mir jetzt so gar nichts. Ähm, ach so, das könnte, das ist, weil es eine Schlange ist, würde ich jetzt darauf tippen, dass es irgendwas mit Python ist. Ach so, Open Example. Was haben wir hier? Graphics, ähm, Bounce. Ja, genau, okay. Also das ist eine spezielle Bibliothek für Python und, äh, bindet Pygame ein. Und wenn ich da jetzt auf Start gehe, los, dann... Ähm... Ah. Ah. Okay. Gut. Also, ja, genau. Also das ist eine kleine Programmierumgebung. Wieder mit hier, ähm, ja, vor, zurück, kopieren, einfügen. Da haben wir, äh, ja, Farben umdrehen, starten, stopp und das hier Clear Output Panel. Ach so, okay. Und das hier, Open an Example, da haben wir noch mehr Tutorials. Okay. Hm. GTK sogar. Na, mal gucken. Ähm, hm, hm. Okay, gut. Also eine einfache Programmierumgebung. Jo. Okay. Dann haben wir hier als nächstes Logbuch. Logbuch. Aha. Was da passiert ist. Okay. Abbey Word Activity. Also dann war dieser Editor vielleicht Abbey Word mit einer angepassten Oberfläche. Das hier ist ja der Bildbetrachter. Dann haben wir hier den Taschenrechner, ähm, das Ding hier selbst, denke ich mal, äh, Pipi und Terminal und, ähm, die Shell. Ja, gut. Also da steht drin, was wir so gemacht haben, zusätzlich zu den, ähm, vielleicht hier mal so, äh, zusätzlich zu den Logdateien aus dem System. Kernel Log in diesem Fall hier. Mail irgendwas. Jo. Readme. Ja, okay, gut. Also da kann man Informationen über das System kriegen. Finde ich jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Also das ist jedenfalls in so einem relativ einfachen Programm zusammengefasst. Die interessanten Dateien stehen hier drin. Und das, was jetzt der Benutzer als letztes gemacht hat, das steht hier drin. Also, ja. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, ne? Dann haben wir hier die Aktivität Lesen. Da kann man wähle etwas zu lesen aus. Okay, gut. Also da kann ich, anders als beim Editor, ähm, bloß lesen, wie der Name auch sagt. Also sowas wie so ein E-Book-Reader auf diesem Gerät, damals OLPC, mit, ähm, Inhalten, die man wohl auch von einem Gerät zum nächsten oder in der Gruppe teilen konnte. Also, vielleicht immer noch keine. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Also, ich glaube eher nicht, das Projekt. Ähm, auf einer, äh, Mailing-Liste habe ich vor kurzem gesehen, dass jemand noch so ein OLPC suchte. Und dass die relativ teuer gehandelt werden, weil, ja, gilt für heutzutage eher als Rarität. Und, äh, naja, wir hier in Europa sind ja auch wirklich die Zielgruppe dafür gewesen. Also von daher haben wir das eher nicht so in der Hand gehabt. Ja, dann haben wir hier noch Jukebox. Mediendatei wählen. Da haben wir bestimmt auch nichts. Äh, ne, bitte. Ein Tagebuch. Also, äh, Dateien kommen auf einem anderen Weg auf die Geräte, als man es wahrscheinlich so kennt. Also, man könnte wahrscheinlich, äh, an dem, äh, Sugar dran vorbei irgendwie Dateien drauf kopieren. Oder wenn man jetzt die Shell nimmt, kann man natürlich ja mit, äh, CP steht ja dabei, kopieren. Wenn man einen USB-Stick reinsteckt, dass dann vielleicht automatisch gemountet wird, dass man Dateien kopiert. Irgendwie so. Aber so ist es ursprünglich gar nicht gedacht gewesen, sondern dass man Informationen untereinander teilt. über WLAN, ja, WLAN, denke ich mal. Dann haben wir hier als nächstes Chat. Offline. Freigeben oder jemanden einladen. Äh, war das wieder? Haben wir da unten? Hm. Hm. Oh. Ja, was haben wir da? Ach nee, das ist krank. Das wollen wir nicht. Ähm, Weihnachtsengelchen. Ja, hier, der Weihnachts... Nein. Äh, was haben wir da? Schneemann? Ist das Schneemann? Ach, da unten, oder? Äh, ja, dann haben wir hier noch Beschreibung. Äh, 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 äh. Wahrscheinlich funktioniert das ja bloß im Zusammenhang mit anderen Laptops, die in der Nähe sind. Und dann könnte ich so einen Chat aufmachen. Und wieder hier sagen, ähm, also Privatschat ist ja auch irgendwie Quatsch, ne? Also von daher, das müsste eher so eine Gruppensache sein, damit sich das überhaupt natürlich lohnt. Und da kann man sich mit den Leuten in der Umgebung unterhalten. Dann hätten wir noch den letzten Punkt hier, Browser. Ja, und da kann man... Ah ja, gut. Ähm, das funktioniert. Genau. Äh, äh, äh. So. Hm, 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 hm. Ach so, ja, okay. Das gibt's auch von Raspberry Pi. Und, äh, äh, als Flatpak. Triskul. Das ist ein, ähm, GNU-Linux-System, was wirklich bloß freie Software enthält. Also keine Binär-Blobs oder sonst irgendwas. Stick, äh, ja, also die, ähm, also diese, diese, äh, Laptops von damals, die werden hier jetzt so auf Anhieb gar nicht mehr erwähnt. Mal gucken, ob wir da noch irgendwo ein Bild von denen finden. Ne. Ähm, hm, hm, hm. Dann, was wir auch sehen hier, letztes Mal 2017 aktualisiert. Also es sind ungefähr fünf Jahre jetzt. Fünf, vielleicht auch schon sechs Jahre. Ist schon ein bisschen her. Und, äh, Archiv, äh, 2019, ähm, ja. Also da sieht man diese Dinger hier, ne? Also da war auch so, also da ist auch so ein Griff dran. Und, ähm, ja, in Grün, man hat sich damals für Grün entschieden, weil das ist irgendwie geschlechterneutral. Wollte man nicht rosa machen, wollte man nicht blau machen. Also von daher hat man sich dann auf, äh, Grün, Grün und Weiß geeinigt. Und, äh, das, was man da so ein bisschen sieht, das sind so, ähm, solche Hörtchen, die man so aufstellen kann. Das ist das WLAN, die WLAN-Antennen. Und ich glaube, das hier sind so kleine Lautsprecher drin. Und vielleicht für Lautstärkeregler oder so. Weiß ich nicht. Also ich habe so ein Ding nie in der Hand gehabt. Bloß, äh, ich fand das damals sehr interessant, als es rauskam. Und, ähm, ja, also diese Kategorie Netbook, die es heute eigentlich auch so nicht mehr gibt, aber die ich eigentlich eine tolle Sache fand. Günstige Geräte, günstige, kleine, äh, leichte Geräte. War eine ganz praktische Sache und damit hat es angefangen. Ja, gut. Damit hätten wir den Kreis auch vollständig gemacht. Und das war jetzt Sugar. Genauso wie die anderen Desktops könnt ihr es einfach ausprobieren. Einfach mal so ein Sparky Linux installieren, am besten in der virtuellen Maschine. Dann einfach mal ein Desktop dazu installieren und mal rumprobieren. Äh, ja, genau. Oder lasst es bleiben. Das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder ein bisschen was dazugelernt. Ich habe auch was dazugelernt. Ich hätte mir das sonst auch nicht angeguckt. Äh, von daher macht es gerne nach. Oder lasst es auch bleiben. Und, ähm, ja, weil wir uns wahrscheinlich so nicht sehen. Das ist das letzte Video in diesem Jahr. Kommt gut ins neue Jahr. äh, guten Rutsch und so weiter. Und dann nächstes Jahr gibt es irgendwann wieder was Neues, wenn ich meinen, äh, Berg mit vorproduzierten Krempel, ähm, ja, veröffentlicht habe. Dann gibt es auch wieder was Neues. Ja, äh, dann bis dann. Ähm, ähm, abonnieren, ähm, Glocke drücken. Bis dann und, ähm, tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.